Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Es liegt mir ein Antrag gemäß § 69 Absatz 3 der Geschäftsordnung vor, das Volksbegehren gegen TTIP CETA 1608 der Beilagen in erste Lesung zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig, so angenommen. Die erste Lesung ist für die morgige Sitzung auch in Aussicht genommen.